Tid, der will es! Der will es! Der will es! Wie soll ich das denn machen? Ich hab nicht so viele Monitore wie ihr. Man hört dich noch. Ja, ja... Ja, Moment. Ich hab auch zwei... Ich hab auch zwei Monitore. Ja, Terz, danke fürs Mitspielen. Wer auf der Lada als erstes tot ist. Ey, ich find's gut, dass wir das mit dem Es fängt an. Es fängt an wie die Werbelefunde auf jeden Fall. Ging relativ schnell, oder? Ja. Das Ding ist, ich hab einfach einen Button gesehen, hab gedrückt. Ich hab nicht drauf geachtet, weil der steht am Licht. Also, ich hab einen Verdacht. Ich glaube, er war gelb. Das kann sein. Nein, ich glaub, Claire war das nicht. Ja, warte mal, ich bin gelb. Nein, das kann nicht sein. Ja. Hey, ich wollte bitte Barso. Das ist gar nichts. Terz ist jetzt wieder... Wie fühlt man sich? Erste, erste Runde, Ladenrunde. Terz ist der erste Kill. Man rollt danach rein und schafft man... Ich treu doch nicht rein, Barso hat meine Farbe. Gerser, kannst du Items mal ne Fanta Zero bringen, bitte? Gutes Stück Backpapier, Gerser. Ja, ja, ruhig! Ja, Mist, das ist wirklich... Das passiert natürlich bei mir. Ich hoffe, es war köstlich. Wir haben uns hier dran auch. Ja, es ist Maggie. Habt ihr gesehen? Ich hab Dalu grad... Shit. Ich hab Dalu grad ge... Sidekicked. Leute, ich bin sehr... Weil ich weiß ganz genau, dass Suki vor fünf Sekunden gestorben ist. Mächtige Drachen. Weil ich meine Rolle... Nur aufgrund meiner Rolle weiß ich das. Er sieht man hier... Er sieht das. Kau! Also blässt du sehr. Also der Drachenkopf ist echt Arsch, dass das Kamo ist. Der Kopf verschwindet immer und dann ist man eine kopflose Eidechse. Suki wird gefressen. Oh ja, es gibt einen Gefressenen. Ja, Suki wurde gefressen. Oh nee, Dadoch wurde gefressen. Nein. Doch! Dadoch wurde hundertprozentig gefressen. Dadoch wurde gefressen. Dadoch wurde gefressen. Dadoch wurde gefressen. Dadoch wurde gefressen. Also wir waren... Wir waren einfach ein Problem. Jetzt gibt's ja mal in Augen. Also ich kann euch das kurz aufschlüssend. Wir sind Herstens letzte Runde reported worden. Wir haben Smaggy gewartet. Dadurch ist der jetzt natürlich geklingen in der Runde. Zwei Kills waren gerade angezeigt. Einer davon war Suki, ich habe dadurch reportet. Genau, und dadurch wurde gefressen. Aber wenn du die auch nicht willst, dann mach halt weiter. Wurde er nicht, er wurde ganz erster. Dann reden wir nicht, weil er drauf einmal kurz mir gleich gefressen wird. Sammeln mal ein paar Bälle und frag uns mal nach was Items. Also ich sage euch so viel, der Mann ist nicht an Altersstrache gestorben. So faszinierend, wie man es denkt. Und der liegt vor Mad Bay und der ist echt noch nicht lange tot. Weil der ist gerade noch mit mir da rausgelaufen. Ich glaube, Asics hat ihn jetzt dadurch gefressen. Ja, hab ich auch gesehen. Jo, ich hab Basel in der Nähe rumlaufen gesehen. Der Brache der Weisheit hat nämlich auch gesehen, wie Asics mit einer Blutspur vorbeigelatscht ist. Ja, das haben wir gesehen. Weil das Blut aus dem Mund geflossen ist. Ja, das stimmt. Wisst ihr, was mir übrigens aufgefallen ist? Seit die Runde gestartet ist, ist Asics für 30 Sekunden gegen den Stein gelaufen. Aha, das ist Out of War. Da geht's lang da oben, du Pänze. Ja, ich hab mich auch gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Siehst du, wenn du meinen Namen in den Mund nimmst, passiert das, Asics. Was hab ich getan? Ja, du hast dadurch gefressen. Ja, du hast mich gefressen. Ja, du hast mich gehetzt. Das haben wir ganz genau gesehen, dass sie getötet. Dalu läuft auf jeden Fall mit Gipi rum. Aber Dalu weiß ja, dass ich jetzt ein Maid bin. Ich hab keine Ahnung, wen ich da abgemokst hab. Ich hab die Drachen da gesehen. Items wurde gefressen. Ich hab die Drachen auf der Leiche gesehen. Vielleicht wurde Alex gefressen. Ich schwöre, da war so ein Knoblauch nebendran, da war ein Drachen auf der Leiche. Das kann nicht sein, weil ich keines wachen bin. Na, ich schwöre, das war ein Gewürze. Ich glaub, es schmeckt besser. Die Katze wurde gefressen. Ja, und Asics hat ihn getötet. Hört mir wieder zu, ich hab... Aber da war so ein grüner Schleier und da war dann so eine Leiche und da war so ein Knoblauch nebendran und da hat ein Drache gestanden. 100%ig. Ja, du hast ihn getötet im Knoblauch. Also, dass wir, die Drachen retten konnten. Okay, er war das, ja. Äh, Juni! Der Drache, der Drache kann's nicht gewesen sein. Nein. Er wurde nicht verdaut. Nein. Wir sind in einem Strand. Danke. Juzi, ich denk grad nach. Wir reden nicht ab. Ja, ist so. Vielen Dank, Juzi. Also, Asics hat schon gewordet, Asics treuert. Alle dagegen sind. Was redet ihr? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der hat's noch nie gespielt, oder? Der könnte Behrwolf sein. Wenn du jetzt Katze fragen könntest, wenn du ihn umgebracht hast, dann wird er dein Name. Was sagst du jetzt? Das war der Kopf des Drachen. Der Drache besteht aus drei Teilen. Es gibt aber keine drei bösen, sondern nur zwei Impostas. Hörst du mir zu? Es gibt nur zwei Impostas. Das bedeutet, ein Teil der Drache würde ja wissen dann, dass der Bob geschehen ist. Aber wir haben alle nicht gesehen. Ja, aber ohne den Bauch können wir sie gar nicht verdaut haben. Wir können es ja gar nicht gewesen sein. Ich bin der Bauch und ich bin leer. Das macht keinen Sinn, dass du dann sagst, ich bin der. Du bist ein Fuchs, du hast noch einen Bauch. Ja. Ja. Du bist auch mal lang gelaufen. Doch, das reicht. Oh, tschüss. Okay, ein Mörders raus. So funktioniert das Game, so geht das. Sehr gut, Team. Immer den Mörder rauszweißen. Wir müssen ja nur noch ein Bauch werden von dran, dann geht's. So, gut, Team. Wäre geil, wenn ich ihn essen könnte, na? Licht ausgemacht. Mach Licht an. Flask! Der Drache der Weisheit hat zwei Tatverdächtige aus Lines kommen sehen. Ja. Zwei Tatverdächtige und die Weisheit der Zweiköpfige Drache. Shorshi wurde gekillt, während ich Licht angemacht habe, so. Shorshi wurde getötet? Ja. Wir sind als Drache herumgeflogen und haben die Bösen gesehen. Ja. Der Böse. Kurzzeitig hatten wir sogar vier Augen. Ja. Ich hatte das Gefühl, die Knöpfe wurden manipuliert, als ich Licht anmachen wollte. Da war ein Basel. Basel ist jemand ja nicht, ne? Ich bin schon jetzt eingelaufen. Ich war da gar nicht. Also Basel lügt. Shuli, ich war einfach überrascht davon, dass du als Imposter versucht hast, das Licht zu fixen. Ich dachte, du willst... Was? Nein. Ich mach als rechtschöpender Bürger das Licht an. Shuli, du bist gerade ans Licht gelaufen und da war einfach Blut an beiden deiner Hände. Nein. Doch, doch. Nein. Es ist an Vlesk sake. Ich hab Licht angemacht. An wen glaubst du hier? Nein. Ich glaub an den zehnköpfigen Drachen. Nee, zehn haben wir nicht. Der hat sich manipuliert. Der dreiköpfige Drache und der Weisheit sagt, dass Vlesk und Basel sich manipuliert haben. Weil Vlesk hat mir die Knöpfe reingedrückt. Überzeugt uns. Ich überzeuge euch folgendermaßen. Ich war an der Kamera und ich hab gesehen, dass Juli Ciana reingestochen hat und dann rübergewendet ist und dann ist sie zum Licht gelaufen. Also hat Baso Schoschi gegessen. Nein. Basi. Ja. Basi. Basi. Das stimmt nicht. Ich hab alleine das Licht angemacht. Also ist es Baso. Aber ich bin doch gerade jetzt reingelaufen. Wie soll ich denn da, wenn wir es gemacht haben? Ja, hinterfragst du den Drachen? Ja. Ja. Der Drache hat aber ganz schön viel Scheiße da im Kart. Wir haben zwei Schöpfe. Ja, Juli hat glaube ich gefressen. Und einen Schwanz. Nein. Nein. Ich bin recht scharf und ich hab Licht angemacht. Also Baso hat uns in Frage gestellt. Ja. Schade. Der Drache, der Weisheit hat mir nicht in Frage gestellt. Schade, Baso. Ich bin Maier. Aber wer wohnet hier auf... Wir haben Maier. Ich. Juli. So. Weiter geht's. Ist der Maier? Nee. Ja. Will ich jetzt Vlesk töten? Weil er mich outcallt? Ja. Ich muss rein. Der drückt rein, ne? Tja, der will es! Juli, schieß auf dich! Der will es! Verdammt! Hallo, ich hab extra Licht ausgemacht, die Schweine. Was? Warum krieg ich das jetzt ab? Der Drache! Der Drache! Der Drache! Der Drache! Leck! Es sieht nicht gut aus! Unser Magen wurde... Zerstört! Wir wurden angegriffen! Oh! Oh! Wir müssen uns... Wir müssen uns trennen! Asics hat ein neues Main-Game! Hallo, Panda! Wollt ihr das unter euch ausmachen oder wie regeln wir das? Hallo, Panda! Ja, Mandalu! Let's go! Let's go! Let's go! Ja! Was... Was war mir denn da eigentlich passiert? Ich... Das Problem ist, ich wollte nicht einfach in den Drachen reinschießen, weil ich kann ja nicht einfach einen von euch töten... Also... Na ja, hättest du schon können, aber es waren zwei von uns waren gut! Nee! 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 Nee, lass war nur das schwarz mal gut! Ach, der schläft... Ich hab doch einmal zu! Ich hatte zwei Köpfe auf einmal! Äh, gefühlt, irgendwie jeder böse, Alter! Dieser Kopf hat sich selbst in den Magen geboxt! Sorry und meine Opfer! Ich weiß nicht, wer wer ist! Der Seher! Maggie, gib mir rot wieder! Ich hatte auch noch gegessen können! Maggie, gib mir rot wieder! Ich laufe in euch rein! Maggie, gib mir rot wieder! Maggie, gib mir rot wieder! Illegal! Ich bin blau. Ich bin blau mit roten Hörnern. What the fuck? Zwerggy! Hat er es jetzt gehört?